Volkmarsen ist eine Kleinstadt im Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen. Die Kernstadt hat 4.490 Einwohner. Geografie Volkmarsen liegt in Nordhessen rund 28 Kilometer west-nordwestlich von Kassel am Nordrand des Waldecker Tafellands und an dessen Abflachung zum Dimmeltal hin. Der Naturpark Habichtswald befindet sich östlich der Stadt. Durchflossen bzw. tangiert wird Volkmarsen vom Dimmel zu Flustwiste im Westen. In die südwestlich der Kernstadt die Water und nördlich die Wande und die östlich verlaufende Eppelmünden. Neun Bäche durchziehen die Gemarkung ehe ihr Wasser über die Twiste in die Dimmel geführt wird. Ein von der Twiste abgeleiteter Kanal als zusätzlicher Schutz vor den Stadtmauern ist noch heute im Westbereich der Altstadt als Mühlengraben zu sehen. Volkmarsen grenzt im Norden an die Stadt Warburg, im Osten an die Gemeinde Bräuner und die Stadt Wolfhagen, im Süden und Westen an die Stadt Bad Arolzen sowie im Nordwesten an die Stadt Dimmelstadt. Zur Stadt gehören neben der namengebenden Kernstadt Volkmarsen die Stadtteile Ehringen, Herbsen, Hölle, Külte und Lüthersheim mit dem Naturdenkmal Hallenkammer. Geschichte Volkmarsen wurde im Jahre 1155 erstmals urkundlich in einer Korweiher Zehntliste erwähnt. In einem Schutzbrief von Papst Gregor IX. wurde Volkmarsen 1233 erstmals als Stadt bezeichnet. 1304 verpfändete das Kloster Kowey eine Hälfte der Stadt und der Kugelsburg an den Erzbischof von Köln. Die zweite Hälfte erwarb sein Nachfolger im Jahr 1440. Seit 1507 gehörten die Stadt und die Burg zum Herzogtum Westfalen, nachdem das Kloster Kowey auf seine Rechte auf Rückerwerb verzichtet hatte. 1802 okkupierte Hessen-Darmstadt das Herzogtum Westfalen. Dabei kam es fast zum bewaffneten Konflikt, als sich Truppen von Hessen-Darmstadt und von Hessen-Kassel um den Besitz der Stadt stritten. Gleichzeitig erhob Erbprinz Wilhelm von Nassau-Oranien als neu eingesetzter Fürst von Nassau-Oranien Fulda Ansprüche auf die Stadt. Zunächst konnte sich Hessen-Darmstadt durchsetzen, bis 1806 besagter Erbprinz die Stadt erhielt, die aber schon ein Jahr später zum Napoleonischen Königreich Westfalen kam und zum Sitz des sogenannten Kantons Volkmaßen wurde. Nach dem Wiener Kongress 1814 erhielt Preußen die Stadt, trat sie aber 1817 an Kurhessen ab. 1866 wurde der Ort dann wieder preußisch als Kurhessen von Preußen annektiert wurde. Seit 1945 gehört die Stadt zum Land Hessen. Im Rahmen der Gebietsreform in Hessen kam Volkmaßen am 1. August 1972 aus dem damaligen Landkreis Wolfhagen zum Landkreis Waldeck und gehört seit dem 1. Januar 1974 zum Landkreis Waldeck-Frankenberg. Am 1. Februar 1971 wurde die bis dahin selbstständige Gemeinde Ehring, die ebenfalls dem Landkreis Wolfhagen angehörte, eingegliedert. Am 1. August 1972 kamen Herbsen Hölle, Költe und Lütersheim hinzu. Durch die Zugehörigkeit der Stadt zum Herzogtum Westfalen während und nach der Reformation blieb die katholische Konfession in der Kernstadt Volkmaßen vorherrschend. Die katholische Kirchengemeinde Volkmaßen ist seit 1821 dem Bistum Ful dazu geordnet. Eine von Hobbyarchäologen entdeckte Schachtmikwe in einem Fachwerkgebäude im Steinweg belegt bereits für das ausgehende Mittelalter eine jüdische Gemeinde in Volkmaßen. Das Ritual Bad konnte dendro chronologisch in das frühe 16. Jahrhundert datiert werden. Architektonische Elemente ordnen die Mikwe jedoch einem mittelalterlichen Bautyp zu. Die Volkmaßener Mikwe weist parallelen zur Friedberger Mikwe auf. Politik Die Kommunalwahl am 27. März 2011 lieferte folgendes Ergebnis. Volkmaßen unterhält partnerschaftliche Beziehungen zu der Stadt Buttelstedt in Thüringen seit 1990. Kultur und Sehenswürdigkeiten Im Haus Dr. Bock Kasseler Straße 6 befinden sich das Volkmaße Heimatmuseum und die Ausstellung, die Geschichtswerkstatt und das Dokumentations- und Informationszentrum des Vereins Rückblende gegen das Vergessen e.V. über jüdisches Leben in Volkmaßen und Umgebung. Auf dem Volkmaße Stadtgebiet gibt es drei Stationen des Geoparks Grenzwelten. 1. Kugelsburg 2. Sauerbrunnen 3. Bergbaustollen des Rallikes Berges Bauwerke Katholische Kirche Sankt Marien in der Kernstadt Wittmerkapelle Sankt Marien und Martin renoviert 2000 zu 2003. Kugelsburg gebaut um 1200 zerstört im Siebenjährigen Krieg. Burgstall Fürstenstein auch Forstensten oder örtlich Burgruine Ödelbeck genannt nördlich des Stadtteils Lütersheim. Scheitwarte Wartturm im Ortsdreieck Volkmarsen minus Ehringen minus Lütersheim. Judenwarte Wartturm zwischen der Kernstadt und dem Stadtteil Herbsen. Kulturdenkmäler Alter Gerichtsplatz westlich des Stadtteils Ehringen. Jüdisches Ritualbad aus dem 16. minus 18. Jahrhundert 2013 in einem Privathaus im Steinweg. Naturdenkmäler Hallenkammer Kleine Sandsteinfelshöhle nahe dem Stadtteil Lütersheim. Huckershöhlen zwischen Volkmarsen und Lütersheim. Volkmarser Sauerbrunnen Mineralwasserquelle mit staatlicher Anerkennung als Heilquelle. Wirtschaft und Infrastruktur Verkehr der Bahnhof Volkmarsen liegt an der Bahnstrecke Warburg-Saarnau und der Bahnstrecke Volkmarsen-Welmar-Oberwelmar. Es verkehrt stündlich ein Regionalexpress zum Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe und nach Korbach-Süd- und Buslinien regelmäßig nach Korbach, Warburg und Bräuner. Zudem verkehrt alle 60 Minuten ein Anrufsammeltaxi von allen Volkmarser-Bushaltestellen in fast alle Orte im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Volkmarsen liegt im Verbundgebiet des NVV. Volkmarsen liegt an der A44. Persönlichkeiten Söhne und Töchter der Stadt Nikolaus Dentel, Baumeister Bernhard Heinrich von Germitten, Professor der Rechte in Prag sowie hochrangiger Beamter in Habsburger Diensten Theodor von Nallecken, Professor, Germanist, Völkerkundler, Autor Theodor Rumpf, Mediziner, Professor in Marburg, Bonn und Hamburg Adolf Gottlob, Historiker Franz-Josef Schärf Arzt, Kurdirektor von Bad Orb, 1926 zu 1929 Abgeordneter des Provinzialen Tages in Kassel Hugo Wilmes, deutscher Badmintonspieler Wolfgang Büscher, Autor, Journalist Heinrich Hermann Engemann, Springreiter Britta Bannenberg, Rechtswissenschaftlerin und Kriminologin Katja Eichinger, Journalistin und Autorin Thomas Fiesehohn, deutscher Politiker Weitere Persönlichkeiten, die mit der Stadt in Verbindung stehen Johann Heinrich und Kraut war Gewerke und Bürgermeister in Brilon Walter Schliebhacke, 1955 in Volkmausen, Maler der Spätromantik Hans Schäfer spielte eine Saison 1947, 48. beim VfR Volkmausen Eichung Moon Sun